warum gehe ich bei minus fünf grad eisbaden beziehungsweise wie schaffe ich es in meinem leben nicht aufzugeben und es ist ganz einfach ich bin diplomierter als exterminierter gesundheits- und krankenpfleger und ich sehe menschen sterben das heißt ich sehe menschen die schwere schicksalsschläge haben die schwer krank seien die mit 30 mit 40 diagnosen kriegen was heißt ja lieber herr liebe dame sie haben noch ein halbes jahr zu leben überlegen sie sich wie sie sterben wollen ob sie noch schmerzen haben wollen das heißt sie können sie das überlegen und dann einmal schon mit dem gedanken sich anfreunden dass sie das letzte weihnachtsfeier haben das heißt es ist alles ein kontrast im leben wenn ihr jetzt im eisbad sitzt bei minus fünf minus sechs minus sieben grad wie für das wasser im endeffekt kalt sein sollte ja dann ist es auf jeden fall nie im vergleich dazu zu setzen was die anderen menschen für ein schmerz erleiden wenn jetzt jemand krebs hat er war von onkologie eine praktikung macht in meiner ausbildung und er hat bauchspeicheldrüsenkrebs und er weiß der lebt jetzt noch drei monate dann mit der sterben dann würde er sehr gerne mit mir tauschen und anstelle von mir im eisbad sitzen damit er noch die ganze jugend das ganze leben vor sich hat und den anderen schmerz wählen würde das heißt du kannst im leben dafür entscheiden welche art von schmerz es ist scheiße ist da hinten oder welche art von schmerz zu dir aussuchst und wenn du für eine art von schmerz entscheidest dann brauchst du noch nicht mehr zurückschauen sondern auch noch vorschauen und dann halt aufgeben es ist immer eine gleichung die du eigentlich ausgleichst entscheidest dich für den kurzfristigen schmerz damit du langfristig gesehen nicht glücklich fühlst oder entscheidest dich für die kurzfristige belohnung und hast dafür noch einen langfristigen schmerz beziehungsweise langfristiges leid es ist eine schmerz beziehungsweise eine vergnügenswaage die es im gehirn bei uns gibt das gehirn und auch der körper strebt nach gleichgewicht eine einheit zu sein und jedes mal wenn du eine kurzfristige belohnung suchst in form von schmutzigen webseiten alkohol drogen videospiele netflix social media was auch immer das ist was du tust ohne dafür dich anzustrengen wirst du in der nächsten stunde minuten tage wie auch immer wie oft du das tust wirst du noch eine reue oder schuldgefühle verspüren beziehungsweise eine art von schmerz weil das gehirn eben nach nach einem gleichgewicht strebt nach einer balance strebt die es erreichen will wenn es nicht erreicht wird dann hast du eben eine art von konsequenz zu tragen entweder fühlst du nachher dich gut weil du zuerst halt dich schmerz ausgesetzt hast oder du wirst treue verspüren genau das ist das ding das ich auch früher verspürt habe weil ich war immer der der crazy du der jetzt da mitten im eisbad sitzt und sich diesen art von schmerz sich aussucht früher habe ich den langfristigen schmerz verspült weil ich eben nicht das getan habe was ich mir vorgenommen habe und deswegen habe ich auch diese diese gefühle gehabt dass ich mich einsam gefühlt habe dass ich mich eher schlecht gefühlt habe wenn ich mich im spiegel angeschaut habe ich habe die leute angeschaut auf social media vielleicht einmal jemanden gesehen im eisbad der was irgendwie juhu euch umschreibt weil es so gut fühle gerade und dann denkst du ja was ist das für ein trottel wer geht da mitten im winter eisbahn wer macht sowas das habe ich mir nicht beantworten können diese frage weil ich in dieser in dieser box gelebt habe so wie jetzt auch in dieser eisbox sitze habe ich früher eine andere box gehabt in der ich drinnen gesessen bin die box war diese komfortzone in der ich mich naja so mal versteckt habe weil ich nicht hinaus geschaut habe und nicht geschaut habe was sich in dieser box befindet weil hinter dieser box befinden sich all deine wünsche und all deine träume all die dingen die du eigentlich erreichen willst befinden sich auf der hinteren seite dieser box und auf der hinteren seite dieser box dass du mal dorthin kommst wirst du mal durch eis durch schnee durch regen durch sturm durch müssen also die ganzen schwierigkeiten die du eigentlich ständig vor dir her schiebst dass du mal in dich selbst hinein schaust und überlegst wer du eigentlich wirklich bist und nicht die ganze verantwortung die ganze macht anderen menschen an umständen gibt weil du die schuld abschiebt ja ich bin so unglücklich weil der die oder das schuld ist aber nicht du selbst sagst du dir du darfst verantwortung übernehmen über dein leben und wenn du verantwortung übernimmst wirst du auch nachher diese box durchbrechen und damit auch aus dieser box ausbrechen und in die andere seite dieser box plötzlich sehen weil du dann merkst du ja auf der anderen seite dieser box befindet sich all das glück das du suchst aber du wirst nicht finden in dieser box weil nur wenn du aus dieser box aus bricht bist du glück zufriedenheit und das selbstbewusstsein haben und die other side of suffering is greatness ist mein lieblingszitat von david doggins genau der typ von dem ich die haube habe das heißt auf der anderen seite von schmerz ist großartigkeit es kommt immer wieder aufs gleiche zurück da darfst du entscheiden ob du dich für den schmerz entscheidest den du jetzt hast kurzfristig oder langfristig und sobald ich das realisiert habe dass der ganze schmerz den ich jetzt verspüre im eisbad wenn mein körper schon richtig rot wird dann ist der ganze schmerz nur kurz da wenn ich noch wieder raus gehe aus diesem eisbad ist mir vielleicht ein bisschen kalt die werden will abfrieren aber sobald ich mich auch wieder aufgewärmt habe geht es mir gut und so langfristig gut weil ich das getan habe was ich mir vorgenommen habe ich habe das getan was ich mir vorgenommen habe und habe nicht mehr zurückschauen noch vorgeschaut und habe deswegen diese langfristige freude plötzlich und sagt dann wenn du einmal aus dieser box draußen bist und realisiert wie es sich anfühlt auf der anderen seite zu leben dann wirst du auch diese dankbarkeit verspüren und diese zufriedenheit und das ist das wahre glück ich fühle mich sehr dankbar dass ich sehr früh das realisiert habe was es heißt wenn menschen sterben was durch diesen kopf vorgeht es ist alles ein vergleich es ist alles ein kontrast jetzt ist merkt tagtäglich weil tagtäglich das merkt kann man jetzt mit diesem sonnenbrand holen im eisbad ist ziemlich krass wie der körper sich dadurch aufwärmt so und als wäre noch die restliche zeit im eisbad genießen noch eine minute und dann weiter nach außen gehen weil die ruhe die du im eisbad kriegst kriegst du nirgendwo anders das ist ziemlich krass so so suffer the pain of discipline or suffer the pain of regret yeah oh 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 o oh 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 wo ist mein ganzes eis wo ist mein ganzes eis hinkommen jawohl da ist es überall, ja ja Jawohl, da ist es! Ja, da ist es! Jawohl! 10 Minuten Eisbad! Geschafft! Immer dieser scheiß Sonnenbrand, Alter! Ja! Ja! Let's go! Es ist der Schmerz, von dem ich jetzt rede, Alter! Jawohl! Jawohl! Ja, ganz schön! Die haben mich schon eingefroren, das kann auch gar nicht aus... Jetzt sehen wir nichts! Geht gar nicht aus, ich warte, da gibt es ein Werkzeug. Da hat er ein Werkzeug, ja! Na, schauen wir! Da hast du sicher was! Na! Na, geht schon dahin! So, da ist gut! Nun kommt noch ein Eis drinnen! Geht nichts! Da werden wir uns überlegen, ob wir rein gehen, ins Wasser! Ja! Das viel Wasser wirst du nicht sehen, da wirst du noch Eis drinnen haben! Jetzt wird der Herr Tibermann fertig! Na gut! Jetzt haben wir es dann geschafft! Schwerarbeit gewesen! Schwerarbeit! Ja! Na gut! Jetzt werden wir mal schauen, ob er das wirklich ohne gemacht hat! Und das Thermometer... Na ja! Jetzt schaut schon aus, dass er es rausbringt! Wann haben wir denn da überhaupt? Na ja! Eis unten drauf! Ein Gewicht! Ein Gegengewicht! Na ja! Gute! Null Grad! Null Grad! Ja! Das ist einfach ein Brennendwasser! Null Grad! Null Grad! Das bleibt noch schön hängen! Das ist ein Weihnachtsgeschenk! Was da hast du von Mr. Eisbär! Es ist dann gut zum Nachschauen, damit es wirklich ist! Das Lott ist das! Das ist schon gerade runter! Ja passt! Du darfst das gleich ausschalten auch wieder! Ja! Ich kann auch sehr schnell vom hinten Knopf drücken. Danke!